hallo und herzlich willkommen zum realme gt neo 3 kamera test den anfang machen die videos und hier gerade die hauptkamera mit 4k auflösung und 60 fps 4k auflösung mit 30 fps 50 fps Dann der Full-HD-Modus mit 60 FPS. Dann der Full-HD-Modus mit 60 FPS. Und dann noch Full-HD-Modus mit 30 FPS. Dann der Full-HD-Modus mit 60 FPS. Dann der Full-HD-Modus mit 60 FPS. Die Front-Kamera filmt leider nur mit Full-HD und 30 FPS, was ich in der Preisklasse als nicht zeitgemäß empfinde. Dann der Full-HD-Modus mit 60 FPS. 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 Dann der Full-HD-Modus mit 60 FPS.